Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, heute ist Dienstag, der 31.03.2015, 18.53 Uhr, ganz genau. Heute sahen wir nicht viele Impulse, der DAX korrigierte ein wenig nach unten, ist auch nicht weiter verwunderlich nach dem Anstieg, konnte hier letztendlich keinen neuen Impulse setzen. Und der US-Dollar wurde heute über den Tag ein wenig stärker. Es endet auch der März, Zeit da mal auf den Monat zu blicken und das war durchaus ein sehr, sehr bullischer Monat für den DAX. Der dritte in Folge, das Quartal war sowieso hervorragend, wenn man hier mal ausgehend von 9.371 Punkten misst, waren das 2.900 Punkte in den letzten drei Monaten beeindruckend. Allein im März jetzt ein Nettoanstieg von 530 Punkten, sind natürlich übergeordnet hier schon sehr, sehr weit in der Bewegung und es flacht so ein wenig ab, das Momentum. Der Dow Jones bewegt sich auch nicht so wirklich. Ja, aus dieser Perspektive, heute endet ja diese Wochenkerze, die Monatskerze und aus dieser Perspektive müssen wir natürlich schon fragen, wo liegen die wichtigsten Handelsmarken. Und da ist ganz klar zu sagen, dass der DAX ja aktuell vermutlich in so eine kleine Seitwärtskonsolidierung hineingelaufen ist, zwischen 11.6 und 12.220 Punkten. Es ist aktuell so, dass hier der Markt keine wirkliche Richtung findet, sondern mehr oder weniger seitwärts läuft und damit bedeutet das, dass wir uns aus der übergeordneten Perspektive vor allem auf die Marken von 11.600 Punkten und 12.200 Punkten konzentrieren müssen. Wie gesagt, der übergeordnete Kontext. Erst mit dem Bruch nach oben oder nach unten sollte ein schönes Momentum, großes Momentum stattfinden. Und aus der etwas kleineren Sicht, also aus einer etwas kleineren Trendstufe heraus betrachtet, ist die nächste nennenswerte Marke, an der man den DAX hier umsetzen könnte. Konkret die 11.883er Marke Pullback auf diese abwärts verlaufende Trendlinie bzw. bullische Flagge. Gap Close und das wäre in dem Fall hier so das nächste Level, wo man angreifen könnte. Wenn er nochmal einen kurzen Spike nach unten schickt, das Gap hier schließt, dann eine untergeordnete Trendwende einleitet bei 11.900 Punkten, dann wäre das die nächste Long-Möglichkeit aus dieser Perspektive. Der Dow Jones, da müssen wir klar sagen, das bleibt bei der Prognose. Wir hatten gesagt, entweder wir kümmern uns hier um den Ausbruch, wenn der Markt diesbezüglich soweit ist und versuchen dann hier oben zu partizipieren von dem Ausbruch oder eben die nächst handelbare Zone ist wieder hier unten die Unterstützung. Also in diesen zwei Zonen möchte ich im Dow Jones attackieren und nicht ein bisschen vorher oder ein bisschen später, sondern exakt dann und nicht vorher und nicht früher. So und genauso ist es auch im S&P. Auch jetzt, er kann steigen, er kann fallen. Ich will mich da gar nicht festlegen in der Form, sondern letztendlich will ich mich auf die Marken konzentrieren, die Bewegung versprechen. Bleibt dabei 2046 nach unten hin und 2122 nach oben hin. Da hat sich nichts Nennenswertes getan. US-Dollar, Schweizer Franken, unsere Long-Prognose ist soweit noch intakt. Wir hatten gesagt, über 0,97 ist er Long. Jetzt hat er hier noch ein kleines Konsolidierungshoch ausgebildet, an dem er aktuell da nicht so weiterkommt. Aber das ist letztendlich, das finden wir auch im Euro-US-Dollar im Übrigen wieder. Mit einem Bruch dieser Marke, also 0,97,55 ist dann Platz nach oben zur 0,98,13er Marke. Der nächste Impuls ist also darüber zu erwarten. Ähnlich ist es im Euro-US-Dollar. Wir hatten auch hier gesagt, der Short unter diesem Tief, unter 1,08, sollte Momentum mit sich bringen. Ist soweit halbwegs in Ordnung. Die Masse an Pips ist es jetzt noch nicht. Wir konsolidieren auch hier und das, was das Konsolidierungshoch bedeutet, im US-Dollar Schweizer Franken, also 0,97,60, das ist im Euro-US-Dollar die Marke von 1,07,12. Und wenn er dieses kurzfristige Level bricht, sollte es auch hier weiter Short gehen, dann in Richtung der 1,06,4er Marke. Das ist dann das nächste, etwas größere Unterstützungslevel. Aber der Markt ist hier weiterhin als Short zu werten. Im britischen Pfund-US-Dollar ergab sich da nicht allzu viel, immer noch seitwärts gerichtet. Also letztendlich kann man auch hier auf die risikoaverse Strategie übergehen und warten, bis er hier ausbricht. Weil momentan ist das einfach eine Seitwärtskonsolidierung. Und da würde ich eben abwarten, auf welche Seite er ausbricht, Long oder Short. Entweder hier Trendwende untergeordnet oder eben Trendfortsetzung 1,46,40 nach unten hin. Der US-Dollar, Kanadisch-Dollar, gut, dass wir hier oben keine Long-Positionen mehr aufgebaut haben. Wir kamen nämlich direkt hier in diese größere Widerstandszone. Aus dem Tagesschart ist es auch erkenntlich. Auch hier gilt weiterhin, wer, wenn man aktiv werden will, auch aus dem kurzfristigen Zeithorizont betrachtet, dann geht das aus meiner Sicht nur entweder hier in der unteren oder in der oberen Zone. Es handelt sich bei der oberen Zone um so eine Art Durchbruch oder Korrektur. Und an der unteren auch Durchbruch oder eben hier Korrektur. Naja, und das ist in dem Fall. Jetzt bleibt eben abzuwarten, ob er hier ausbricht oder nicht. Ich würde tendenziell auf die Long-Variante setzen. Hier über 1,28,50. Euro-Britisch Fund, Trendwende erfolgt. Es hat jetzt hier seine Korrektur auf dem Tagesschart beendet. Markttechnisch sind wir in einem völlig intakten, abwärtsgerichteten Trend. Bedeutet, dass wir jetzt übergeordnetes Momentum wieder aufnehmen sollten, bis zu den aktuellen Jahrestiefs aus dem März, Mitte März, bei 0,70. Also wir haben jetzt hier deutlich Platz nach unten. Sicherlich können dazwischen geschaltete Korrekturen stattfinden. Aber grundsätzlich ist der Markt hier weiterhin als Short zu interpretieren. Euro-Schweizer Franken bleibt dabei. Durchbruchstraight unter der 1,0416. Britisch Fund, Australisch Dollar, Rent und Rent. Wir hatten hier jetzt auch gesagt, über 1,94. Heute Morgen erwarten wir 70 Pips. Die kamen, sehr schön. Jetzt haben wir hier dieses nächste Widerstandslevel ausgehebelt. Und sollten damit eigentlich jetzt das Potenzial haben, wieder bis in den Bereich von 1,98 vorrücken zu können. Um da mal ein bisschen eine militärische Sprachduktus zu verwenden. Ja, Britisch Fund, Australisch Dollar, weiterhin Bullisch. Jetzt Ziel 1,98 aktiviert. Britisch Fund, Schweizer Franken würde ich hier tendenziell eher shorten. An der Tages55er, 1,4527. Aber das Britische Fund ist halt noch stärker als der Euro. Gerade wenn jetzt Euro-Britisch Fund hier nach unten abknickt, dann spricht das ja dafür, dass der Britische Fund zumindest kurzfristig stärker werden könnte als der Euro. Also, wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen dem Euro-Schweizer-Franken-Short und dem Britisch Fund-Schweizer-Franken-Short, ist es vermutlich sinnvoller, aufgrund des Euro-Britisch Funds oder der Situation in diesem Währungspaar, eher den Euro-Schweizer-Franken zu shorten. Weil eben Britisch Fund leicht stärker aktuell scheint. Leicht scheint. Gut, meine Damen und Herren, das war's von meiner Stelle aus. Heute hat sich nicht allzu viel getan. Morgen beginnt ein neuer Monat. Ich bin gespannt. Die Monatseröffnungen sind immer ganz volatil. Und von daher, wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie denn mögen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.